Hallo Bochum, ich bin Jari Beckmann, 20 Jahre und 1,91 Meter groß und spiele die Position des Shooting Guards und Small Forwards. Angefangen habe ich hier im Verein im Jahre 2010 und 2011. Das Besondere an dem Team für mich ist vor allen Dingen das Umfeld, sowie die Coaches, als auch die Trainer, die meiner Meinung nach einen großartigen Job machen. Für die nächste Saison erhoffe ich mir, dass wir einen tiefen Playoff-Run haben und von Tag zu Tag besser werden.